Hallo, eine selbstgemachte Mütze. Im neuen Style möchte ich euch heute zeigen und vor allen Dingen die ist auch geeignet für Anfänger. Eine ganz einfache Mütze mit ganz dicker Wolle. Das ist diese hier. Und zwar benötigt man Wolle. Das sind jeweils 100 Gramm Knäuel. Ich habe schon die Mütze gestrickt von diesen beiden Knolz. Das ist jetzt der Rest davon. Das sind 100 Gramm, 66 Meter Lauflänge und eine Stricknadel braucht man dazu, eine Rundstricknadel 9 bis 10. Und wenn ihr das einhaltet und guckt hier auf die Banderole, dann erwischt ihr die gleiche Wolle, die ich benutze. Das ist 45 Prozent Wolle und 55 Prozent Polyacryl. Und jetzt fangen wir an. Also von dem pinken, was ich hier unten genommen habe zum Bund, nehme ich dann oben her, weil das mehr ist. Und ich fange diesmal an mit Orange. Die Farben sind euch dann überlassen, die ihr möchtet. Und wir schlagen jetzt da 50 Maschen an. Das ist eine Maschenlänge, die für größere Kinder und Erwachsene ausreicht. Wenn ihr das für kleinere Kinder machen wollt, dann nehmt ihr etwa 10 Maschen weniger, also 40. Wir brauchen jetzt erstmal 50 Maschen anschlagen. Das habe ich euch auch schon gezeigt, wie das geht. 50 Maschen. Und danach, wenn wir die 50 Maschen haben, stricken wir in der ersten, mit der ersten Farbe 12 Reihen. Und die werden gestrickt. Eine rechts, eine links, eine rechts, eine links. Ich habe euch schon gezeigt, wie das geht in meiner Strickschule. Maschenanschlagen ist gezeigt. Und auch stricken rechts und links. Das machen wir jetzt erstmal, wie gesagt, 50 Maschen, 12 Reihen, in eine rechts, eine links. Und dann zeige ich euch, wie der Wechsel zur anderen Farbe geht. Ich habe nun 11 Reihen erstmal gestrickt. Ich will nur zur Erinnerung nochmal sagen, linke Maschen, Faden davor, durchziehen, abheben. Rechte Maschen, der Faden bleibt dahinter, Faden durchziehen, abheben. Und ganz wichtig ist, und das habe ich schon öfters erwähnt, bei der letzten Masche bitte den Faden nach vorne machen und nur abheben. Dann wird das gerade und nicht so locker am Ende. Also jetzt stricken wir die letzte Reihe in orange, rechts, links. Wie gesagt, die Wolle, die ich verwende, gibt es nur Knäuel zu 100 Gramm. Und zwei Knäuel reichen für zwei Erwachsenenmützen oder für etwas ältere Kinder. Ich würde sagen, ab elf, zwölf Jahren braucht man dann schon diese Menge an Wolle. Das ist jetzt die zwölft Reihe. Und ihr seht, das ist der Rest von der Orangenwolle. Und dann zeige ich euch, wie man den Farbwechsel macht. Die zwölft Reihe, letzten beiden Maschen, einen rechts, Faden davor, abheben. So, jetzt nehmen wir die pinke Wolle oder eure Farbe, die euch rausgesucht hat. Dann nehmen wir den Faden und machen einfach einen lockeren Knoten hier. Einfach so darum. So, als wollte ich Schuhe binden. Und nur einmal ziehen das hoch. So, das vernähen wir ja dann sowieso noch. Und schon haben wir den Farbwechsel. Und wir bleiben immer in dem Muster. Die ganze Mütze über in rechts, links. Rechts, links, rechts, links. Weil es dann so einen Gummieffekt gibt. Das zieht sich und hält dann wahnsinnig gut. So, und jetzt stricken wir in der zweiten Farbe bitte vier Reihen. Und dann zeige ich euch, wie einfach man Maschen abnehmen kann. Was wir hier für die Mütze dann tun müssen. In der zweiten Wolle habe ich jetzt vier Reihen gestrickt. Ich möchte auch noch mal ganz kurz zeigen, wie man Reihen zählt. Ihr seht ja, dass die Masche so ein V bildet. Und dann nimmt man am besten die zweite Stricknadel und sticht ein. Und dann kann man zählen. 1, 2, 3, 4. Dann kommt man jetzt so durcheinander. Wir haben jetzt vier in der zweiten Farbe. Und jetzt wird abgenommen immer vorne. Und zwar hebt man die erste ab. Die zweite Masche ist eine linke. Die strickt man. So. Und dann hebt man die erste Masche über die zweite. Und strickt jetzt in der Reihe weiter. Dieses Abnehmen machen wir jetzt immer vorne. In der fünften, sechsten, siebten, achten, neunten und zehnten Reihe. Immer schön abnehmen. Von der fünften bis zur zehnten Reihe vorne eine. So, wir haben jetzt da von der fünften bis zur zehnten Reihe vorne immer eine Masche abgenommen. Und darauf stricken wir bitte noch mal vier Reihen in rechts-links Maschen. Ich habe das jetzt schon gemacht. Ihr macht das noch. Und ich zeige euch jetzt, was danach passiert. Und zwar müssen wir in dieser Reihe mehr abnehmen. Wir stricken fünf Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann nehmen wir ab. Das ist eine rechte. Wir stricken beide Maschen rechts zusammen. So, und das wäre jetzt die linke. Und stricken zwei Stück auch links zusammen. Zwei Maschen abgenommen. Und weiter geht's im Muster wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt kommt eine linke als erstes. Also stricken wir die links zusammen. Und die rechts. Ich zeige es mir mal langsam in beide Maschen hinein, den Faden geholt. So, und jetzt wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und die nächsten beiden wieder abnehmen. Und so machen wir die ganze Reihe fertig. Immer fünf Maschen stricken und die nächsten beiden zusammen. Und nochmal zusammen. Das machen wir jetzt für die ganze Reihe durch. Und darauf stricken wir dann nochmal drei Reihen. Und danach sind wir schon fertig. Und Ketten ab. Und das Abketten zeige ich euch gleich. Am Schluss von unserer Abnehmen-Reihe sind nur noch drei Maschen übrig. Wir haben fünf gestrickt. Drei sind noch übrig. Die nächste ist eine rechte. Also nehmen wir da nur einmal ab. Und die heben wir ab. Und dann wäre die Reihe fertig. Und wie gesagt, jetzt stricken wir noch drei Reihen darüber. Und dann Ketten wir ab. Wir haben es geschafft. Nun ist es die letzte Reihe. Wir Ketten jetzt ab. Und zwar stricken wir die eine Masche. Die nächste auch. Und dann ziehen wir die erste über die zweite. Wir stricken die nächste. Und ziehen die vordere über die hintere. Wir stricken wieder. Und ziehen die hintere über die vordere. Hinter über die vordere. Und so ketten wir die ganze Reihe ab. Und lassen dann den übrigen Faden großzügig hängen. Weil damit nähen wir jetzt gleich unsere Mütze zusammen. Dies sind nur die letzten beiden Maschen von der Reihe. Das wollte ich nochmal zeigen, wie wir dann verfahren. Wir machen die hintere über die vordere. Haben noch eine Schlaufe. Und dann ziehen wir den Faden da durch. Das ist ganz wichtig. Das ist jetzt der Rest von den 200 Gramm Knoll. Jeder strickt ein bisschen anders. Ein bisschen fester. Ein bisschen leichter. Und wenn ihr merkt, oh oh, mein Knoll, das reicht nicht, dann strickt ihr einfach eine Reihe weniger. Und dann passt das wieder. Das fällt jetzt nicht auf. So, dann nähen wir mit dem Rest die Mütze zusammen. Ich habe hier eine ganz dicke Nadel. Ihr legt das aufeinander, links auf links. Ich zeige nochmal. Das ist unsere rechte Seite. Weil wenn ich anschlage, sind ja größere Perlchen hier unten als auf der anderen Seite. Das sieht man jetzt gar nicht. Und diese Anschlagart habe ich euch auch gezeigt, wie man Maschen fängt. So, dann fangen wir an und nähen die Mütze fest zusammen. Wir gehen einen Stich nach vorne und einen Stich nach hinten. Dann kommen wir da wieder raus und ziehen es gut fest. So, dann gehen wir einen wieder nach hinten und kommen vorne raus. Ich mache es nochmal langsam. Hier ist unser Faden. Wir gehen einen nach hinten und stechen von unten weiter nach vorne. Eine nach hinten weiter nach vorne. Und das nähen wir jetzt zusammen, bis wir hier vorne auf Orange treffen oder auf eure Farbe. Und dann nehmen wir den Faden von der nächsten Farbe und nähen es dann mit dieser Faden zusammen. Sonst gibt es unschöne Stiche, die man auf der anderen Seite sieht, wenn sich die Mütze auf dem Kopf ein bisschen spannt. Und das muss ja nicht sein. Wir haben ja genug Wolle übrig. Und die eine Farbe, bei mir ist es pink, den Rest brauchen wir auch noch, weil wir ja die Oberseite auch noch zusammennähen müssen. Aber das ist eine besondere Art, die Mütze zusammenzunähen. So, pink wäre es vernäht. Am Schluss, ein bisschen öfters, aber nach vorne, nach hinten, damit es sonst ja nicht aufgeht. Weil dies ist ja keine Filzwolle. Dafür verfüllt es unser Faden nicht. Den müssen wir schon öfters zusammennähen. Und das gleiche machen wir jetzt da mit orange. Die Mütze ist nun zusammengenäht, farbweise. Ihr müsst dann noch die Fäden vernähen von eurem Fang. Wenn ihr diese andere Art gemacht habt, habt ihr eine Doppelschlaufe hier, die schneidet ihr einfach auf und vernäht die Fäden hier in der Naht. Die zieht ihr einfach hoch und runter und zieht die hier durch, dann ist es vernäht. So, wir haben noch einen Rest von der pinken Wolle, weil wir ja oben pink haben. Und jetzt zeige ich euch, wie wir die Mütze oben zu bekommen. Ihr habt hier die Naht und sucht die entgegensetzte Stelle. So, und die legt ihr da drauf. Und dann näht ihr die beiden Sachen, die beiden Seiten so zusammen. Richtig schön fester. So. Fadenfesthalten. So, jetzt macht ihr hier wieder das gleiche. Wo ist meine Mitte? Die bringt ihr da drauf. Meine Mitte und die bringt ihr da drauf. Und das sieht dann aus wie ein Kreuz. So, das haltet ihr fest und jetzt näht ihr alles in der Mitte zusammen. Durch alle vier Teile durch. Richtig schön fester. So vier, fünfmal bestimmt hin und her. Okay. Und dann müsst ihr den Faden nochmal ein bisschen festnähen. Und dann steckt ihr das einfach mal rechts und links rein. Einmal so, einmal so. Wieder da durch. Und nochmal da. Gut. Abschneiden. Gut. Seht, das ist ein Kreuz hier oben. Hier haben wir es noch offen. Die vier Seiten. Und das brauchen wir jetzt, um unseren großen Puschel zu machen. Da habt ihr diese Wolle und eine Häkelnadel. Eine 3-4er Häkelnadel. Wenn ihr zu Hause habt, eine 5er ist auch okay. Und ihr fangt jetzt an der Außenseite ein. Und das ist eure erste Seite, die ihr häkelt. Ihr macht beide Seiten zusammen mit der Häkelnadel. Nehmt den Faden. Und um euch zu sparen, den ersten Faden zu vernähen, häkelt ihr Luftmaschen halt doppelt. Das hält bombig und fällt gar nicht auf. Und dann machen wir immer 18 Luftmaschen. So. Und das schließen wir zu einer Schleife. Wir stechen dasselbe Loch ein und machen eine feste Masche. Dann haben wir eine Schleife. Jetzt machen wir wieder 18 Luftmaschen und stechen in das gleiche Loch wieder ein. Und das macht man in jedes Loch zweimal. Und das machen wir hier komplett rüber. Die ganze Seite und in jedes Maschenloch machen wir zwei Luftmaschenschleifen. Hier drüber hin. Dann könnt ihr auch ruhig mal da reinstechen. Das fällt da nicht mehr auf, wenn es nicht sehr ordentlich ist. Und dann machen wir bis hier rüber. Und wenn wir hier fertig sind, mit den Luftmaschen und der letzten festen Masche ziehen wir den Faden durch, vernähen den und dann machen wir auf dieser Seite hier rüber genau dasselbe. 18 Luftmaschen, eine feste Masche, zweimal in jede gestrickte Masche festmachen und dann kriegen wir einen riesengroßen Puschel. Und das machen wir jetzt erst einmal. Der riesen Puschel ist jetzt angehäkelt und ich wollte nochmal zeigen, wie man die letzte Schlaufe beim Häkeln festmacht. Also es ist die letzte feste Masche. Wir haben eine bewegliche Schlaufe. Dann ziehen wir bitte noch einmal durch, schneiden den Faden ab und ziehen die ganze Masche raus und ziehen sie fest. Dann geht euch nichts mehr auf und das vernähende nun. Und jetzt, ihr denkt bitte daran, nachdem ihr zusammen genäht habt, auch die Mütze zu wenden, bevor ihr den Puschel dran häkelt. Sonst habt ihr die Naht außen. Das ist jetzt der riesen Puschel und eure neue Mütze ist jetzt fertig. Wie gesagt, aus den zwei Knäuel a 100 Gramm bekommt ihr zwei erwachsenen Mützen. Und ich habe hier nochmal ein paar andere gezeigt. Also die kommt ganz toll in schwarz-rot-gold. Gerade jetzt aber im Wintersport oder ihre Käsenmütze. Und das ist nochmal eine andere und das sind im Moment meine absoluten Lieblingsmützen. Und wir tragen die in der Familie alle mit Begeisterung und es macht einfach nur Spaß. So, ich hoffe, die neue Mütze gefällt euch auch und bis zur nächsten Idee. Bis zum nächsten Mal.